Ah, okay, dann geht's los, ne? Ach, der kommt ja noch, ja, hab ich ganz vergessen. Das wäre aber nett, würde ich nochmal alle Leben bekommen. Das finde ich eigentlich sehr fair und, ja. Weil nur die Hälfte aller Leben zu haben und beim Fallen der Boss sind selbst schon scheiße, ne? Da, da, da. Ja. Ja, alles klar. Boah, der ist so fett. Der, äh, der hilft. Ach ja, der kann ja auch fliegen. Ja, ne, jetzt. Ja, guck doch jemand an, wie groß der ist. Ne, ne, in der ersten Version war der ja mal gerade halb zu groß, noch nicht mal. Ich glaube, ich brauche eine Fähigkeit, definitiv. Ach, natürlich. Ach, ich töte mich lieber. Ich will eine Fähigkeit haben. Okay, wo gibt's denn eine Fähigkeit? Weil ich glaube, sonst den zu besiegen, wäre ziemlich schwierig. Und das ist doch der Grund, wieso ich ihn in Curve Streamland früher nie besiegen konnte. Es gab keine Fähigkeiten. Und das war wirklich ein sehr großes Problem. Ich wusste nie, wie man den besiegen kann. Wie soll ich denn auch wissen, dass man die Sterne einsaugen kann und auf die ihn schießen kann? Okay, was. Ich mach's einfach mal. Dann können wir Hammer gegen Hammer machen, ne? Und das sollte ja auch fair sein. Ja, das läuft ziemlich gut. Wäre auch gut gewesen, wäre das während das Let's Plays... Ja, wo ist man nach Let's Let's Play, aber während normalen Levels so gelaufen, ne? Dann wäre ich ziemlich glücklich gewesen, aber natürlich nicht, ne? Okay, ich schlag dich tot, Mann, Kumpel. Ja. Definitiv. Aber hier gibt's anscheinend noch ein Secret. Glaube ich jedenfalls. Ich hoffe, das gehört zu diesem Curve Streamland-Level. Aber die Musik ist krass, auch nur ich den lassen. Ach, natürlich macht denen das keinen Schaden. Natürlich nicht. Nein, ich hab da falsch rein gesammelt. Oh, gut. Das ist so ein scheiß Ding, ne? Ich glaub, ne Fernkampfattacke wäre irgendwie ein bisschen besser gewesen. Was ist das? Beschissene KI. Ja, ist gut. Okay, ich hab den Kampflug nicht die, weil nach Kampflug nicht nichts. Ja, krass, Mann. Und danach kommt ja noch einen großen Heim. Und das ist wirklich noch ein bisschen, ja, netter als der andere, ne? Ach, nur. Spiel ja nicht. Das sind anscheinend drei Teile, also mit drei Episode. Ach, nee. Wo ist jetzt am Museum, Dings? Die kosten schon wieder an! Ach ja, die brauchst du noch nicht ums Waffe, wo ist sie? Die brauchst du noch nicht ums Waffe! Nein! Boah, den Gurt! Was soll das denn? Probierall war das schon, oder? Ist ja möglich oder nicht, ich weiß das doch. Ich glaube, der Teil verschne ich. Okay, ich bin bereit, du Hurensohn! Komm her! Komm her, Mann! Okay, du dreckiges Stück Scheiße! Ich hasse dich! Wieso muss der so hoch springen können? Wieso? Aber gegen die Attacke kannst du nichts machen! Da bin ich auch ziemlich froh drüber! Weil das ist die Boss von ich, du Waffe! Andere sagen zwar, dass zersperrt die Bossvernichtungswaffe ist, aber ich habe... Ja, natürlich! Er überlebt mit 0,1% HP, ne? Scheißding! Mann! Was? Huh? Welt 8? Welt 8?! Ähm... Welt 8? Wieso Welt 8? Ich dachte, da werden nur 7 Welt... Oh Mann! Ja gut, dann ist es anscheinend noch nicht das Finale! Egal! Ach nein! Ich bin doof! Ich bin doof! Ist doch das Finale! Aber ich habe wenigstens wieder voller HP! Das ist durchaus fair! Und ich werde angeschrieben, Mann! Wieso bei den Finale? Und jetzt kann ich die Boss-AP-Leiste nicht mehr sehen! Muss das sein? Ich habe hier gerade Probleme, die Dinger zu sehen! Boah! Das ist so scheiße! Der ist so schnell! Ich brauche eine Taktik definitiv! Na ja, obwohl so schwer ist der gar nicht! Man muss nur... Der Hintergrund ist aber... Boah! Der Hintergrund nervt so! Kann man denn nicht deaktivieren? Ja gut, das geht! Aber ich weiß nicht! Das wäre irgendwie ein bisschen lame, oder? Auch wenn der Hintergrund eigentlich zu dem... Äh... Warte mal... Gegner zählen würde! Aber naja! Das wäre trotzdem ziemlich lame! Okay, ich muss jetzt ein bisschen mehr mit Taktik drangehen! Oh, das war knapp! Das war knapp! Wow! Ah ne, ist klar! Ist klar! Ja, an der Stelle kann ich den mal gut angreifen! Okay, was hat mich gerade getroffen? Ja gut! Ein Stern wäre sehr wahrscheinlich! Aber ich habe ihn nicht gesehen! Oh, das ist doof! Und danach kommt ja noch eine Form! Ich glaube, ich habe dann immer noch die gleiche HP-Leiste! Also von mir jetzt! Nicht von dem Gegner! Los! Stirb! Stirb du Stück! Nein! Oh, gut! Danke! Danke! Okay, jetzt kommt der letzte Gegner! Oh nein! Bist du nicht! Das wird witzig! Das wird witzig! Oh nein! Okay, wieso erinnert mich die Musik irgendwie an Super Mario Sunshine? Wieso? Hört sich aber krass an! Haha! Okay! Ich bin bereit! Okay, muss da... Oh, wie groß ist der? Ähm... Die Größe ist etwas übertrieben! Kann das sein? Nein! Okay! Aber das heißt auch, dass ich den einfacher treffen kann! Immerhin! Okay! 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 So schwierig ist der anscheinend doch nicht! Man muss nur... Äh? Okay! Wieso hat den das jetzt nicht getroffen? Man muss den immer an dieser einen unteren Stelle treffen! Ja! Gut! Natürlich! Boah! Dieser Hintergrund! Muss das echt sein? Hab ich den jetzt getroffen? Ich glaub schon, ja! Oh, das... Das war mies! Das war so knapp! Los! Komm! Oh nein! Oh nein! Oh, die Attacke ist mies! Die ist echt doof! Die bedeckte innerhalb... Das bedeckte aber wirklich das halbe Spielfeld! Und diesmal stimmt das sogar! Okay! Den hab ich gleich besiegt! Los du Stück! Das war so klar! Ähm, ja! Oh nein! Ich will nicht sterben! Weil dann bringe ich mich echt um! Und dann hab ich auch keine Lust mehr auf! Scheiß! Der teleportiert sich aber immer genau dahin, wo ich bin, ne? Och! Jetzt macht er wieder eine gute Attacke und nicht so ein... Die doofen, womit ich dich nicht treffen kann! Ach! Ach! So mies! Och! Was soll das? Oh mein Scheiß! Oh mein Scheiß! Wisst ihr, dass ich mein Leben hasse? Ich hasse es! Stück Scheiße! Mann! Auch schön! Jetzt darf ich den nochmal besiegen! Das war so klar, dass ich den jetzt nicht besiege! Das war so klar! Was hab ich auch erwartet! Was hab ich erwartet! Jetzt seid mal ehrlich! Jetzt darf ich den Mist nochmal machen! Ja! Das ist klar! Was auch sonst! Ich bin jetzt wirklich ein bisschen angepisst! Tut mir leid! Aber das... Aber dieser Hintergrund! Na jetzt aber ehrlich! Wie soll man denn hier die Sterne sehen? Da krieg ich mir einen Kopfschmerzen von! Ich schieß hier einfach nur auf den... Ich kann ja nichts anderes machen! Die Sterne kann ich nicht sehen! Kann ich ja überhaupt nicht sehen! Ja natürlich! Mein Gott! Dummer Scheiß! Ja zum Beispiel so... Das fängt an und der schießt schon Sachen auf mich! Das ist dumm! Das tut mir leid! Das ist eigentlich gar nicht immer so schwer! Nur ich... Ich bin einfach nur kacke! Das ist das Problem! Ach jetzt hat er auch immer eine neue Attacke gelernt! Natürlich! Was auch sonst! Ha! Zum Beispiel jetzt konnte ich die Sterne nicht sehen! Jetzt hat er eigentlich nur Glück gehabt! Jetzt stirb du... Stück Scheiße! Ja töte mich! Jetzt ficke ich dein Leben! Das verspreche ich dir! Ich ficke dein Leben! Und was ist mit der Maus los, Mann? Diese scheiß Sterne! Der ist ja gar nicht so schwierig, nur... Diese dummen Sterne! Die regen auf! Aber extrem! Das ist das Problem! Ja, natürlich! Auch wenn er sich in mir teleportiert! Das ist auch natürlich sehr fair! Das ist auch natürlich sehr fair! Tja, komm! Danke! Vielen Dank! Okay! Was auch sonst! Ach! Ich dachte, der teleport jetzt nicht wieder in mir! War aber auch knapp! Ich kann die Sterne nicht sehen! Der Hintergrund ist einfach... Zu dumm dafür! Das... Hm! Das ist Bullshit! Tut mir leid! Das ist der dümmste Boss, den ich je gesehen habe! Aber bei weitem! Ach! Okay! Ich wurde nicht getroffen! Unglaublich! Aber das wird sehr wahrscheinlich in den nächsten 5 Sekunden passieren! Zum... Das ist dumm! Ja, Shitmunk Time! Definitiv! Oh! What the fuck?! Was war das?! Was war das?! Was ist das?! Was ist das?! Was ist das?! Was ist das?!